Dreizehn wilde Teufeln haben wir ein Festl gemacht, haben gesungen, tanzt und riffel gelacht, haben Karten gespielt, auf Teufel komm raus, aber nachher war das Festl leider aus. Am Karten gespielt, auf Teufel komm raus, aber nachher war das Festl leider aus. Aber nachher war das Festl leider aus. Am nächsten Tag, da hat einer gefeilt, sie haben immer wieder verfahren durch die Zeit. Die einen haben gesagt, der ist auf und davon, wer das wohl gewinn sein kann. Die einen haben gesagt, der ist auf und davon, wer gewinn sein kann. Ja, 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 das wohl gewinn sein kann. Vierzehn Tage später haben sie ihn dann entdeckt, wird grad vom schwarzen Gold abschlägt. Ja, ho, der Feuerzeug in die Hände, aber da hat's schon Lichterlob brennt. Ja, ho, der Feuerzeug in die Hände, aber da hat's schon Lichterlob brennt. Nach gut drei Wochen war er wieder da. Da haben sie ihn gefragt, ja, wie war's denn da drum so? Ja, sie warme und sie hellhalle gesagt und hat geracht und hat sie eine Flasche Schämpel aufgemacht. Sie warme und sie hellhalle gesagt und hat geracht und hat sie eine Flasche Schämpel aufgemacht. Das Öl brennt so pfundig und sie haben ja noch g'nohä. Da geb ich meiner Lebtag lang noch keine Ruhe. Geht's weiter, der mir zentln, dass die ganze Welt brennt. Erst nachher hat das Fistl ein. Zwei der Dürmer zentln, bis die ganze Welt brennt. Erst nachher hat das Fistl ein. Ja, 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 ja. Erst nachher hat das Fistl ein. Das Fistl ein. Neue der Dürmer hat das Fistl ein. Die ganze Welt brennt, bis die ganze Welt brennt. Vielen Dank.